Matschandra Asana. Setze dich hin, hebe einen Fuß hoch, gib die Kniekehle hinter die Schulter, gib den Fuß hinter den Kopf, nimm den anderen Fuß und gib ihn hinter den Fuß und so verhake die Füße hinter dem Kopf. Dann mache Fäuste und gib die Fäuste voreinander. Diese ist eine Gleichgewichtsübung, die gleichzeitig große Flexibilität in den Hüften braucht.